Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rymful Zombieland. Ihr wollt noch mehr sehen oder mal zukünftige Let's Places nicht verpassen, dann abonniert doch meinen Kanal. Es läuft gut, wir kommen jedes Mal ein Stückchen weiter. Vielleicht klappt hier die kurze Zähmung. Mhh, leider viel geschlagen. Okay, dann ist das jetzt halt so. Dann machen wir die Heimatzone wieder weg. Tellerhass, was machst du? Ist hier drüben. Ist am bauen. The Sandman macht hier drüben, baut zu Ende. Solange es noch geht. Du baust da oben, solange es noch geht. Denn 12 Uhr mittags. Ja, hier drin in 6 Grad, in 3 Grad. Die heben wenigstens ein bisschen länger. Wer war unser Bergbauspezialist? Umeko? Umeko war es sehr gut. Hier runter. Bisschen abbauen, da können wir die Kühlung noch hinsetzen. Ja. Setzen wir dich hier hin. Kannst abgehen. Die Räume noch ein bisschen auf. Das ist auch schön. Ja. Ist dann bald wieder ein Abschnitt geschafft. Das ist natürlich sehr schön. Rückstoßlader. Yes. Geschütztürme. Was haben wir denn dazu bekommen? Bomben, die Revolver. Leichte Maschinenpistole. Auch sehr schön. Brandgeschosswerfer. Der Rest passt. Weitermachen. Sehr gut. Gleich abholen. Teller heißt, er spielt Schach. Hat er das Bedürfnis? Ja, hat er. Sendmein, was ist mit dir? Bedürfnis. Ist noch okay. Das heißt, er spielt Schach. Das heißt, ich muss doch den da... Den müsste ich abbauen. Den hier. Geht doch schneller. Komm her. Ich werde dich bauen. Ist wichtig. Ja, Heimatgebiet. War... Du Arsch, das. Hier wurde erst geredet. Wurde erst geredet. Ja. Das passt hier. Ach, die kommen alle rüber. Das können wir vergessen. So. Mal wieder weg, das Zeug. Das ist eh wieder mehr, als ich mal will. So, weiter. Sehr schön. Handman ist auch nicht das Schnellsteh. Weil... Aber dem passt doch alles. Ist doch alles cool, Mensch. Instruktion fehlgeschlagen. So. Du bist frei. Machen wir außen mal die Türen zu. Passt. Was machst du? Ha? Was wird das? Bearbeitet Steine. Eine Granitblöcke. Passt das. Das ist da unten nur am Eskalieren. Sehr gut. Da ist zu. Lob ich mir. 65, aber war 90. Aber war 90. Yes. Sind da ein paar Tanks dabei. Einer. Ein einziger. Die Gerüstung. Hier ist... keiner. Das passt. Naebel. Geschütztürme. Schwere Geschütztürme. Ja. Hauen wir den noch. Das passt. Numbers. Passt. Passt auch. Schönes Ding. Können wir hier rausflitzen. Hier raus. Hier zu. Sint mein Chilt auch eine Runde. Mila macht... Zämen. Zämen. Klappt's? Hä? Jawoll. Sehr schön. Nächste. Nicht beschießen. Nein. Tier. Heimatgebiet. Hier. Zämen. Tallahasse. Bedürfnis. Entspannung. Ja. Entspann dich nicht zu sehr. Hier bauen. Klappt das mit dem nächsten Muffalo? Fehlgeschlagen. Dann wird das wieder kleiner. Wer hat da was gedroppt. Ah, Mann. Ist das euer scheißernst, Mensch? Weg, 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 weg. Meine Güte, da. Hier, gebaut man. Hier, gebaut man. Es gibt Stoff drauf. Oh, Miko. Will Tut-Eisen werfen. Bestimmt nicht. Du gehst abbauen. Braucht die Kühlung da drinne. Die Kühlung. Hier. Will. Ja. Oh, okay. Schönen. 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 Oh! Wo? Oh, nein! Oh! Wo ist der denn hergekommen, verdammt? Warum hält der so viel aus? Ja, toll, jetzt fällt mir um. Meine Güte! Komm schon! Gewehrsicherheit! Batsch! Hier, zwingen! Weg! Hier nochmal eine Kopie bauen. Da hin! Kann infizieren. Weiß man nicht! Hoffentlich nicht! Psychisch taub! Was ist das mit dir? Schneller Lerner, Kurzschläfer, kochen. Das ist mal sehr gut. Jemand, der kochen kann. Was machst du? Alter, bist du dumm! Nein! Da reinkommst du, Mensch! Hier kannst du bauen. Legt dich in das Kackbett, Mensch! sehr gut! Das Drucklader, Sandminder, wo war das da oben schnell? Das ist wichtiger. Pist behandelt. Da kommt noch ein Heimatgebiet. Oh, Meko. Nein. Mila! Mila! Okay. Ist auch erledigt. Weg, weg, weg! Beginn der Infektion. Wollen wir nicht hoffen. Gehen die Körperteile aus. Fertigmachen. Gut, 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 gut. Sehr schön. Das können wir fix reinholen. Heimatgebiet, ja. Dann können wir... Halshack. Der kommt weg. Und den anderen können wir jetzt nochmal warm entfernen. Gut, Junge. So ist lässig. Knallen wir das reinwärts. Wenn sich jemand drum kümmern will überhaupts. Machen wir hier zu. Machen wir hier auch zu. Schön. Oh, der wandert nach unten. Das ist uncool. Sicherheit. Da sind sie. Mini. 100 Stahl. Ist das auch ein Mini-Geschütz? Ja. Lass da nix mehr rausgehen. Die kommen jetzt zu nah. Was ist da los? Nimmt einfach mal Zeit. Passt. Welt. 11 Tage. Okay. Nehmen wir mal. Willeine Schmiels. Little Rock. Was kannst du noch? Nicht so viel. Schiessen halt. Ach nee. Lass gut sein. Verdammt nochmal. Was ist denn das, Mensch? Oh, diese Kack-Lüftung endlich. Wird doch schon vorhin angegeben. Mach das Ding. Kackt da sonst alles ab. Wird jetzt blöd dazu, hä? Wird jetzt blöd dazu, hä? Ja. So läuft das. You wirst. Egal. 100%. Lassen wir es auswachsen und dann ist es wieder gut mit der Baumwolle. Gucken wir, dass die da unten fasziniert sind. Little Rock. Auch schon. Ja, das passt. Passt, 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 passt. Oh, ne. Das war hier. Little Rock. Nicht. Ach. Das packt's hier schon. Mila. No, no. Ja, mach das. Überlebensrationen herstellen. Machst du das? Simple Meals. Simple Meals. Simple Meals. Jetzt hauen wir weg. Materialisch. Vegetarisch. Na gut. Ja, das passt. Das passt. Ja. Und das passt. so gut es ist geschafft die linke seite links unten ist fertig der blöde bis hier der noch infizieren kann es nervt richtig irgendwas interessantes dabei stadt berüstung columbus machen wir noch schnell schauen was der dafür will macht man nicht gut dann war es das hier wieder für die folge ich sage danke dass du sehen und bis zum nächsten mal servus